Nein, das war nicht hart! Oh nein, du bist da! Ja, du bist es! Na, Blondi, Bock auf Bodycheck? Gib dir gleich einen Bodycheck! Olli, komm her! Spiel ist gleich vorbei, unentschieden! Den packen lass noch! Ja wie, denn was sollen wir machen? Musst mich ablenken! Und wie? Ja, ich weiß! Jessie, lauf! Du, komm mit! Hallo, Jungs! Alter, das ist ekelhaft! Jessie, nimm den Ball! Nimm den Ball! Der ist da doch! Ja, Jessie! Jessie, hau ihn rein! Hey! Hey! Das ist noch schwer! Super! Tja! Hey! Ich kann nach Hause gehen! Ich kann nach Hause gehen! Ich kann nach Hause gehen! Du bist die beste Torhüter in der Welt! Wuuu! Wuuu!